Hola liebe Freunde und herzlich willkommen, ich bin's wieder, euer Jens von Nerdy Talk. Heute einmal mit dem zweiten neuen Kopfhörer-Review hier auf unserem Technik-Channel, nämlich den Bose IE2, bei dem es sich, wie der Name schon vermuten lässt, um In-Ear-Headphones in der bereits zweiten Generation handelt. Und was die Dinger so drauf haben, welche Varianten es zu welchem Preis gibt und ob sie mehr können, als nur den prestigeträchtigen silbernen Schriftzug zu tragen, das erfahrt ihr jetzt in einem neuen Nerdy Tech Review. Viel Spaß! Tja, das ist er also, der Bose IE2. Bei, zuallererst sei erwähnt, dass er quasi in drei Varianten daherkommt, nämlich dieser 0815-Version für um die 100 Euro, dem Mi E2 mit normaler Remote für 130 Euro und dem Mi E2i mit, oh Wunder, drei Testenfernbedienung, made for iPhone, iPod und iPad für interessanterweise nur 120 Euro. Das Ganze wahrscheinlich auf eine bedeutend höhere Nachfrage zurückzuführen. Alle Modelle sind Bose-typisch, schlicht aber recht schick im Design, schwarz mit silbernen Akzenten. Das Kabel ist schwarz-weiß, 1,15 Meter lang und relativ dick, was lästiges Kabelrauschen verhindert. An dieser Stelle ein ganz, ganz dickes Plus also für die Verarbeitung, die alles in allem damit 5 von 5 Pokys von mir bekommt. Punkt 2 wäre der Tragekomfort. Hier spielen die sogenannten Stay-Here-Ohrpolster ihre ganze Stärke aus. Sehen sie vielleicht auf den ersten Blick doch etwas spacig aus, so sind sie im Design doch sehr durchdacht und wie beworben, muss ich sagen, super bequem, ohne dabei leicht rauszufallen. Im Lieferumfang sind drei Größen an Polstern enthalten, die jedes Ohr irgendwie bequem ausfüllen sollten. Auch hier gibt es deswegen von mir 5 Punkte, gerade da ich kein Fan von dem handelsüblichen Stöpsel-Design bei In-Ears bin. Im Lieferumfang findet sich außerdem eine schicke, kompakte Ledertragetasche, um die Kopfhörer zwischendurch sicher zu verstauen, und ein klassischer Clip zur Befestigung am Hemd oder Top, was ihr gerade so tragt. Für In-Ear-Headphones gibt es bekanntlich kaum die Möglichkeit, mal eben das Kabel zu tauschen, um eventuell ein zweites mit drei Tasten Remote oder sowas direkt mitzuliefern, so wie ich es bei meinem Momentum öfter nutze. Daher gibt es auch an der Ausstattung nicht viel zu meckern. Allerdings empfinde ich sie in dieser Preisregion auch irgendwo als selbstverständlich, weswegen sie jetzt kein individuelles Rating von mir bekommen wird. Kommen wir daher zum wichtigsten Punkt Nummer 3, dem Sound. Und hier scheiden sich für mich die Geister. Da ich den Kopfhörer von einem Freund geliehen habe, deswegen auch kein Unboxing vorneweg, Leute, tut mir leid, kann ich mir allerdings stundenlanges Einspielen sparen und direkt ans Eingemachte gehen. Ich bin bekanntlich keiner, der gerne mit bloßen Zahlen um sich schmeißt, doch da muss man sich ja bei Bose sowieso keine Sorgen machen, denn Standard-Facts wie Frequenzgang, Impedanz, Belastbarkeit, das sucht man hier eh seit Jahren vergeblich. Also Ohren auf, Equalizer am iPhone natürlich aus und die Flak-Playlist gestartet. Okay, da kommt jetzt auf den ersten Moment gesehen nicht viel. Bisschen aufdrehen. Das fällt dann aber beim ersten Husten doch eins auf. Die Kopfhörer haben mit der preisgekrönten Noise-Canceling-Funktion, wie zum Beispiel die QC15, nicht wirklich viel gemeinsam, obwohl Bose, das sei natürlich erwähnt, das technische Wunder vollbracht hat mit den QC20 oder 20, in ihr Headphones mit Active Noise-Canceling zu entwickeln, die angeblich mit allen Over- oder Around-Ear-Kopfhörern mithalten können, was diesen Faktor betrifft. Aber bei den IE2 soll man alles mitbekommen und naja, wie der Leak-Test gezeigt hat, kann lautes Musikhören leider auch die Umgebung stören. Eindeutig Geschmackssache, aber was macht dieses offene Feature aus dem Sound? Ganz einfach, ein sehr gewagten Spagat, den In-Ear-Kopfhörer für mich einfach nie schaffen werden und den ich bisher auch noch bei keinem anderen als dem Clipsch S4 so halbwegs erfolgreich wahrgenommen habe. Das resultiert meist in sehr schwachen oder seichten Bässen, schnell mal überspitzten Höhen oder sogar beidem. Den IE2 fehlt es in der Tat spürbar an Bass und wer jetzt irgendwie meint, abgeschnittene und komprimierte MP3s machen das da besser, der wird positiv überrascht oder wie man es nimmt, bitter enttäuscht, denn hier wissen die kleinen Speaker durchaus aufzuzeigen, was komprimiert und was verlustfrei ist. Da mir aber gerade für unterwegs dann doch so ein bisschen die Dynamik fehlte, habe ich mal kurzerhand meinen Equalizer auf Rock gestellt. Das Ergebnis ist ziemlich ernüchternd. Die sonst eigentlich relativ guten Höhen verschwinden nahezu vollständig. Die Stimmen werden leicht dumpf und der Bass ist zwar spürbarer, aber wirkt auch oft irgendwie recht unsauber. In ruhiger Umgebung und mit am besten wenig basslastiger Musik genießen. Also Akustik-Sets zum Beispiel hat er zugegebenermaßen voll drauf. Da bin ich super begeistert. Aber kommen wir zum Abschluss. Für 100 Euro macht der IE2 in meinen Augen vieles richtig. Wird mit Sicherheit keine Fans unter Bass-Hats finden, wie sie so schön heißen. Der Sound bekommt von mir eine 3 von 5, da trotz aller Kritik es sich natürlich weiterhin um ein In-Ear-Kopfhörer handelt. Da jedoch der vorhin erwähnte Klipsch S4 zum Beispiel für gerade mal den halben Preis zu haben ist, muss ich beim Preis-Leistungs-Verhältnis dann doch wieder den Bose-Faktor mit einbeziehen. Und da gibt es dann von mir auch nur 3 von 5 Punkte. Somit verdienen sich die Kopfhörer bei mir nach Adam Riese insgesamt dann doch noch 4 von 5 Pokys hier. Deswegen darf Yoshi diesmal leider nur ein Poky fressen. In der Gesamtwertung. Und um ehrlich zu sein, das ist schon mehr als ich vorher selbst erwartet habe. Aber in dieser Preiskategorie darf man ja nun mal auch einiges erwarten. Die 20 bzw. 30 Euro Aufpreis für eine Fernbedienung finde ich zudem dann doch irgendwie recht viel. Und naja, wer Angst vor Schweiß und schlechten Wetter oder ähnliches hat, der kann trotzdem diese Kopfhörer weiter benutzen. Es gibt nämlich auch noch eine SIE2 Variante für 120 Euro bzw. satte 150 für die I-Version. Die ist dann sporttauglich in Granitgrün und hat eine wasserabweisende Beschichtung über der äußeren Membran. Und außerdem bekommt man dann auch noch so ein stylisches Armband für Smartphones oder iPods im iPhone 5 Format dazu von Rebook. Den Link zur Homepage findet ihr wie üblich natürlich unten in der Beschreibung. Und damit soll es das eigentlich auch schon wieder von mir gewesen sein. Wenn euch das Video gefallen hat, dann ganz gewohnt die Daumen nach oben, 1, 2, 3, je nachdem wie viele ihr habt. Wenn es noch Fragen oder Anmerkungen gibt, dann natürlich ab damit in die Comments. Und wenn ihr noch mehr Nerdy Tech sehen wollt, dann abonniert auch einfach mal unseren Kanal für weitere tolle Kopfhörer-Reviews. Checkt außerdem gleich mal unten links in der Endcard unseren Gaming-Channel Nerdy Talk aus. Da finden sich noch ein paar ältere Videos und natürlich viele unterhaltsame Let's Plays aus allen Ecken der Gaming-Welt. Und damit bedanke ich mich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal und jetzt viel Spaß mit der Endcard. Euer Jens von Nerdy Talk. Euer Jens von Nerdy Talk. Euer Jens von Nerdy Talk.